Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zu einer weiteren Brick-Story. Mein Name ist Benix und ich freue mich wahnsinnig auf die brandneuen 2019 Harry Potter Sets. Ich finde die einfach nur genial. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis super. Ich finde die Minifiguren super und es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass ich mir alle direkt zum Anfang hole, aber das wollen wir jetzt mal hier außer Acht lassen. Es ist so, dass eigentlich fast jedes dieser neuen Sets ein Remake von einem alten ist und deshalb dachte ich mir, warum vergleichen wir nicht einfach mal die alten Sets mit den neuen Sets. Los geht's direkt mit Hagrid's Hütte. Da haben wir das Set mit 496 Steinen mit 6 Minifiguren. Daran bin ich sehr mit zufrieden. Auch eine schöne neue Seidenschnabel-Minifigur. Die erste Version von Cornelius Fudge und Walden McNair. Und diese Hagrid's Hütte ist von hinten offen. Das heißt, man kann damit spielen. Aber das war nicht immer so. Es gab zum ersten Harry Potter oder zweiten Harry Potter, ich glaube, zweiten Harry Potter-Film ist die damals erschienen, die 4707 Hagrid's Hütte. Das war so, dass diese Hütte so eine Art Plastikdach hatte. Das kann man sich so ähnlich wie die heutigen Segel vorstellen oder Flügel von irgendwelchen Drachen. Und diese Hütte war dann mit solchen Gelenken aufmachbar und dann konnte man die aufklappen. Leider gab es damals noch nicht solche High-End-Set-Bilder. Deswegen haben wir hier nur dieses relativ kleine Bild. Und da konnte man dann halt drin spielen. Hier war noch eine Dumbledore-Minifigur mit dabei und Hagrid. Damals hatten die Figuren auch noch gelbe Gesichter. Ein ziemlich interessantes Set, wie ich finde. Und da gab es dann auch im Jahr 2004 ein Remake zum Harry Potter und der Gefangene von Azkaban-Set. Und da war Hermine mit dabei und Hagrid diesmal. Das war auch das erste Jahr mit hautfarbenen Gesichtern bei den Minifiguren. Auch wieder ein cooles Set, muss ich sagen. Hermine hatte hier sogar den Zeitumkehrer um den Hals. Und diese Bauweise von der Hütte, die wir hier sehen, die ist sehr ähnlich zu dem Set, was wir dann in 2010 bekommen haben. Das war dann zu den Heiligtümern des Todes das Set. Da ist die Bauweise relativ gleich. Das ist damals für 50 Euro erschienen. Und da waren dann Harry, Ron und Hermine und Hagrid dabei. So wie außerdem noch die Spinne Aragog. Die ist ziemlich wackelig. Also ich habe das Set selber, ich habe von den 2010 Sets alle selber gebaut. Und die Spinne ist sehr wackelig auf den Beinen mit diesen Säbeln. Aber die Hütte ist ziemlich cool. Die kann man auch aufklappen. Und da ist sogar ein Leuchtstein mit dabei. Und was soll ich sagen? Ehrlich gesagt, die neueste Hütte gefällt mir hier am besten. Die ist am detailliertesten. Leider kann man sie nicht schließen. Sie ist von hinten offen. Aber was soll's? Eigentlich ist es ja sogar so, dass Hagrids Hütte wirklich in so zwei kleinere Hütten aufgeteilt ist. Von daher finde ich die neueste Hütte am akkuratesten zum Film. Und mir gefallen auch die Minifiguren am besten. Und dieser kleine Kürbisgarten, der noch mit dabei ist. Dann ein Set, was es so noch überhaupt gar nicht gab. Expecto Patronum. Wow. Einfach ein Killer im Preis-Leistungs-Verhältnis. 20 Euro für fünf Minifiguren. Also mit dem Hirsch noch dazu. Wir haben hier zwei Dementoren dabei. Wir haben hier Sirius Black dabei. Harry Potter und seinen Hirsch Patronus. Der Hirsch Patronus ist brandneu. Den gab es vorher noch nie. Ist auch ein komplett neues Teil. Was wir hier vergleichen können, wäre einmal die Sirius Black Minifigur. Die gab es damals in der heulenden Hütte dazu. Und damals hatten die noch kein schönes Haarteil, muss ich sagen. Ich bin hier sehr zufrieden mit dem neuen Haarteil. Von daher geht das auf jeden Fall an die neue Minifigur. Die Dementoren gab es tatsächlich auch schon mal. Die gab es zum Beispiel in dem ersten Clocktower-Set von, auch damals von 2004. Da waren die noch mit dabei. Da waren die noch etwas mehr skelettartig. Und außerdem gab es die noch in 2012 in dem Hogwarts Castle von damals. Und ich muss ehrlich sagen, ihr könnt mich jetzt hassen dafür, aber ich mag die aus 2012 am liebsten. Und ich bin damit groß geworden und ich mag diese skelettartige Minifigur sehr gerne. Und von daher geht der Dementorenpreis definitiv an die Dementoren von 2011 oder 2010. Dann kommen wir zum fahrenden Ritter. Ein Set, das es jetzt zum vierten Mal gibt. Und es gab ganz als erstes ein Polybag von diesem fahrenden Ritter. Das ist ganz gut, mal hier reinzuschmeißen. Sah ganz interessant aus. Hätte ich mir aber auch nicht gekauft, weil da halt keine exklusive Minifigur dabei ist. Dann gab es im gleichen Jahr auch zum Gefangenen von Azkaban den ersten fahrenden Ritter. Da war dann Sirius Black als Hund noch mit dabei. So wie Harry mit seinem Trolley und Stan Shunpike war auch mit dabei. So wie auch der Schrumpfkopf, der ist da als Aufkleber oder Bedruckung auf der Scheibe vorne drauf. Leider ist hier nicht Ernie Prang mit dabei, der Fahrer des fahrenden Ritter. Deswegen sitzt hier jetzt Stan Shunpike. Aber es gab auch noch ein weiteres Remake in 2011 dann zum Heiligtümer des Todes Film. Und da war Ernie Prang dann das erste Mal mit dabei. So wie Stan Shunpike und Harry Potter. Ein ziemlich cooles Set. Der Schrumpfkopf ist auch bedruckt. Von daher gefällt mir das gut. Aber ich muss sagen, das neue Set killt hier die alten einfach mit einem riesen Abstand. Über 400 Teile kostet 40 Euro jetzt. Wir haben hier Ernie Prang mit einem sensationellen Haarteil dabei. Das passt perfekt zu ihm. Stan Shunpike mit einem neuen Mützenteil, glaube ich. Oder zumindest einer neuen Bedruckung des Mützenteils. Und dieser fahrende Ritter sieht einfach wow. Perfekt aus. Hätte man nicht besser machen können. Ich bin absolut zufrieden damit. Ich finde es klasse, dass man das Set aufmachen kann. Das Set wird gekauft. Da gibt es nichts. Kommen wir zum nächsten Set. Dem ungarischen Hornschwanz. Dem Trimagischen Turnier. Ungarischer Hornschwanz. Da gab es in 2005 zum Harry Potter und der Feuerkelch Film auch schon mal ein Set, wo wir dann Dumbledore mit dabei hatten. Mad Eye, Moody und Harry Potter. Das Coole an diesem Set war, dass das goldene Ei magnetisch war. Und Harry hatte dann auch noch so ein Magnet in der Hand. Das heißt, man konnte die Harry Minifigur an dem Ei vorbeifliegen lassen und dann mit dem Magneten das goldene Ei aufsammeln. Sehr cool. Und schade, dass es in einem neuen Set nicht dabei ist. Aktuell ist es auch so, dieses Magnetteil gibt es halt nur in diesem Set. Und es ist auch schweineteuer. Außerdem ist noch cool der ungarische Hornschwanz. Der sieht hier ein bisschen mehr aus wie ein Drache. Und der kann hier noch die Mauer einreißen und dann fliegen Dumbledore und Mad Eye Moody von ihren Plätzen. Außerdem auch sehr cool sind hier diese Teile, die auf der Tribüne sind. Die sind bedruckt. Das sind halt die Logos von Durmstrang und Beaubaton und dem Logo von Hogwarts. Diese bedruckten Teile gibt es, soweit ich weiß, auch nur in diesem Set. Und ich finde, da nimmt auf jeden Fall das alte Set den Platz ein, des besten Sets. Im neuen Set sind zwar alle vier Champions mit dabei, aber der ungarische Hornschwanz, der sieht, finde ich, einfach nicht schön aus. Da kann ich nicht so wirklich mit warm werden. Das Zelt sieht auch sehr basic aus. Was ich cool finde, ist der Feuerblitz. Und die Minifiguren sind eigentlich auch cool. Aber das alte Set, wegen den cooleren Teilen und wegen coolen Funktionen und den Bedruckungen, ist das mein Favorit. Kommen wir zum Clocktower Set. Das Clocktower Set ist mein Lieblingsset aus der neuen Reihe. Da sind acht super neue Minifiguren dabei, alle in diesem Balloutfit. Und es gab so ein ähnliches Set. Das stellt zwar nicht diese Szene dar, aber es stellt den Clocktower dar. Schon mal in 2004 zum Harry Potter und der Gefangene von Azkaban Film. Und was haben wir in dem Set? Da haben wir acht Minifiguren dabei. Da ist unter anderem Professor Trelawney mit drin. Da sind Dementoren noch mit drin. Das Besondere an diesem Set ist, dass dieser Clocktower, der hat einen Motor drin. Da kann man hinten dran drehen. Und das ist so ein Rückziemmotor. Und wenn man den Rückziemmotor aufdreht, dann bewegt sich dieses Pendel des Clocktowers. Absolut genial. Ich habe das damals als Kind, ich habe so einen riesen Hockross damals gebaut. Habe ich das nachgebaut, die Funktion mit der Anleitung. Das hatte wahnsinnig Spaß gemacht, mit dieser Funktion rumzuspielen. Und außerdem kann man auch noch dieses Tor runterfallen lassen. Man hat von hinten auch noch den Krankenflügel mit drin. Genauso wie beim neuen Set auch. Und beim neuen Set ist es halt nochmal cool, dass man den Weihnachtsball noch mit dabei hat. Die wahnsinnig genialen Minifiguren. Und von daher geht mein Platz für das bessere Schloss an das aus 2004. Und von den besseren Minifiguren geht das natürlich an das Set von 2019. Außerdem, jetzt gerade erst gestern erschienen, also zumindest die Bilder dazu, ist der Friedhof. Der Friedhof aus 2019 wird für sagenhafte 20 Euro erscheinen mit 5 Minifiguren drin. Absoluter Wahnsinn mit Harry Potter, mit Lord Voldemort, mit Wurmschwanz und einem coolen Todesser. Mit so einem lustigen Hut oben drauf noch. Es gab das Set auch schon mal in 2005. Da haben wir dann nochmal Lord Voldemort und Harry Potter mit drin. Die Lord Voldemort-Figur ist, soweit ich weiß, auch im Dunkeln leuchtend. Also der Kopf zumindest. Und außerdem noch Lucius Malfoy und Wurmschwanz. Außerdem gab es da noch mehrere Grabsteine und noch so einen Wagen und so ein Gedöns. Ehrlich gesagt, dieses ganze Gedöns, was da mit dabei ist, das braucht man nicht. Es ist basic. Alles, was man haben muss, haben wir hier in dem neuen Friedhof-Set auch mit drin. Und vor allen Dingen bei diesem Set sind natürlich die Minifiguren interessant und der Grabstein. Und der ist bei dem neuen Set einfach wesentlich besser. Von daher würde ich auch eher das neue Set präferieren. Dann, Sensation, ist die Kutsche der Beaux-Battons. Die Kutsche der Beaux-Battons ist 100% neu. Das gab es noch nie als Set. Madame Maxime ist natürlich auch neu. Fleur de la Cour und ihre Schwester sind auch neu in dieser Version. Ihre Schwester ist auch 100% neu als Minifigur. Und ich finde das Set ist einfach eine coole Idee. Man kann hier auch sehen, man kann das von innen auch noch öffnen und dann da drinnen Tee trinken und weiß nicht was machen. Finde ich sehr cool. Und womit man es vielleicht vergleichen könnte, ist mit dem Schiff der Durmstrangs. Und das ist damals auch in 2005 zu dem Trimagischen Turnierfilm. Ach, und der Feuerkelch. Zum Feuerkelch ist es erschienen zu dem Film damals. Und mein Gott, sieht dieses Set hässlich aus, muss ich sagen. Also mit diesen 4 Plus Juniors Schiff, Fertigbauteilen ist das Schiff gebaut. Und es sieht einfach so hässlich aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und von daher geht mein Platz für die Beherbergung der anderen Schulen beim Trimagischen Turnier auf jeden Fall an die Kutsche der Beaubatons. Und von daher würde ich sagen, es war es schon mit den neuen Sets. Mir hat dieses Vergleichen echt viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, diese ganzen Daten rauszusuchen, die ihr hier jetzt gesehen habt. Und falls ich das nochmal mit den Sets aus der ersten Reihe machen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, vielleicht schon zu den nächsten Harry Potter Neuheiten. Da hat man ja früh, ganz früh immer schon die ersten Namen und Gerüchte. Das teile ich immer euch mit euch über den WhatsApp Brickletter. Den könnt ihr euch gerne holen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Und bis dahin ganz viel Spaß in der Wizarding World. Und ciao.